Willkommen zurück zu The Blackwell Legacy. Wir haben einen gewissen Vorschut beim letzten Mal machen dürfen. Wir durften feststellen, dass alle drei Mädels in dem Bild, was wir für Joanne bekommen hatten, irgendwie entweder zum Silbermord getrieben worden sind oder schwer verletzt. Das Problem ist nur, wir haben jetzt zwar so ein paar Sachen gelernt, vielleicht bin ich mir nicht sicher, wie wir weitermachen. Wir waren hier. Wir haben nach den Namen geguckt und haben herausgefunden, dass unser Geistermädchen nach Waluigi-Boards gesucht hatte. Wir waren hier und haben herausgefunden, dass Susan Lee in dem Krankenhaus liegt. Was auch interessant ist, weil es im Cedric Hospital ist. Und der Doktor selber hatte nicht viel zu erzählen. Und sie selber hatte auch nicht viel mehr zu sagen, außer die Bestätigung, dass es mit dem Waluigi-Board. Dementsprechend, lass uns mal hier hingehen. Ich bin nicht wirklich sicher, was wir jetzt hier noch tatsächlich erreichen wollen. Aber reden einfach mal mit den Leuten nochmal und hoffen, dass vielleicht einmal was rumkommt. Hi, es ist mir wieder. Du hast mehr Fragen, ich erinnern. Ja, ist das okay? Ich glaube so. Was willst du wissen? Das da. Wissen Sie nichts über Waluigi-Boards? Ich bin sicher nicht. Gut. Gut, das ist alles für heute. Danke, dass du dir helfen kannst. Nur erinnere dich, lass meinen Namen davon abgelabert. Ja, open. Ja. Große Frage ist nur... Meine... Wir können nochmal das mit dem... Können ich dir einige Follower-Fraktion Fragen, Kelly? Fine. Mach es schnell. Okay, Permission brauche ich nicht nochmal fragen. Question. Das da. Wissen Sie, ob Joanne hat noch Interesse in Waluigi-Boards? Nein. Ja, das war jetzt noch nicht viel. Ja, sicher. Alles klar. Vielen Dank wieder, Kelly. Alles klar. Lassen Sie mal gucken. Wir haben Kelly hier. Wir haben Posters. Das ist alles nichts. Window. Das Bett hat Safety-Bars an it. Ich glaube, das ist ein bisschen ironisch in einem morbidem Art. Richtig. Das Bett hatten wir. Das hatten wir. Wir hatten aber das... Es ist nur ein Telefon. Irgendwas dabei? Kann ich deinen Telefon nutzen? Was? Es wird nur eine Sekunde dauern. Okay, okay. Just... Hör auf. Jetzt. Wer ist denn? Du bist der Telefon? Okay, ich kann mich nicht bewegen? Nicht jetzt. Ich bin auf dem Telefon. Sonst. Vielen Dank, Kelly. Ja, sicher. Kann ich deinen Telefon wieder benutzen? Es wird nur uns ... Okay. Hallo, kann ich mit Joey sprechen, bitte? Hi, Joey? Ja, ich hatte einige Fragen für dich. Ah, nicht schlecht, Junge, nicht schlecht. Wenn du etwas zu sagen hast, sag es schnell. Die Frau Pincushion hier beginnt zu sehen, etwas heiß unter der Kleine. Joey, kannst du etwas tun, über den kleinen Bärchen, der mich aufhört? Hä? Möchtest du Metal-Nose? Ja, sie macht mich nervös. Ich? Was kann ich tun? Du hast einen kleinen Trick für mich vorhin gemacht. Ich möchte, dass du es für mich wiederholen kannst. Trick? Joey, hast du die Pilotpapier auf der Tasche gesehen? Ja. Ich brauche, dass du deine Magie an ihnen arbeiten kannst. Äh... Und diesmal haben wir immerhin gesprochen mit jemandem. Ach so. Äh... Zock, zock. Das ist alles. Do it again. Kann ich... Nein. Joanne und ich sind nicht Freunde. Können wir das nochmal machen? Mehr als einen Versuch vielleicht? Weil das Ding ist ja sofort aufgehoben worden. Ach... Kann ich es nutzen? Hallo. Hi. Joey, kannst du das machen? Ich bin nicht sicher, wo du... Ich bin nicht sicher. Ja. Schön. Okay, das ist vollkommen Blödsinn, aber... Hey, why not? So, gehen wir mal ganz kurz hier raus. So, congratulations, kid. Du hast deine erste Burglärie gemacht. Ist das was ich gerade gemacht habe? Für das größere Good, kid. Für das größere Good. Das macht mich so viel besser. Okay. Looks like standard Poly-Sci-Lekture-Notes. It looks like Joanne liked to doodle in class. The last set of notes in this notebook are pretty... ...strange. I'd better take a closer look. Okay, äh... Das Ding ist selber durch. Okay. Nope. Come on. Weg damit. Susan and durchgekretzelt. Susan and Alexander. So many men, so little time. Ali and... Huh. Okay, also wir haben Joanne durchgestrichen. Susan und Alexander. Es wird wohl vermutlich Mr. Davenport sein. Hm. I think it's safe to say that these refer to the same person. Okay, ist doch mein Anfang. So, was ist das jetzt hier? Can't hear the prof. I no longer care. He won't leave me alone. Can't concentrate. Alison is gone. He made her go. Susan is gone too. They won't let me see her. I am the only one left. Have to hold on. What do you want? What do you want? Okay, kein Kommentar diesbezüglich. Great. Ja, dann kann ich hier raus. Ja, nice. Lass uns mal wieder die Google-Maschine anwerfen. Gucken, was zum Google... Jetzt, wir lernen. Do some research. Hm. Alexander Davenport was listed as being on the hockey team at NYU. It doesn't say anything else about him, though. There ain't much. Whoever Alexander Davenport is, Susan must like him a lot. He's either a boyfriend or something close to it. Yeah. This name appears in connection with the three girls. With the three girls, vor allem. Hm. No, I don't see any connection. The Deacon. Hm. Rino and Joey. Yeah? Hast du irgendwas neues für mich? Can you tell me more about Auntie Lauren? I guess. She was a tough lady. Stubborn. Smoked like a chimney. Anything else? Later, kid. Later. Let's get through this first. Okay. What was my grandmother like? Old Pattycake was a real bundle of laughs. Pattycake? Yeah, your grandmother. Her name was Patricia. Right? So you get Pat. Patty. Pattycake. You really called her Pattycake? Yeah. That really hacked her off. I don't think of it. Just about everything I did hacked her off. Like what? Like... Eh, forget it. Ask me later. Hm, okay. I think I've heard enough. Yeah, let's get going. But where to? Bisher war das jetzt noch nicht allzu hilfreich. Klar, wir wissen jetzt hier so ein bisschen was. Aber es ist jetzt nicht... Aber es ist jetzt nicht... Aber es ist jetzt nicht so, als könnten mir irgendjemandem das Zeug zeigen, was wir jetzt hier bekommen haben. Unsere Ding ist hier blau statt grün. Okay. Gehen wir mal zum Park, einfach weil ich nicht mir vorstellen kann, dass Kelly uns da weiterhelfen kann. Let's talk to that ghost again, Joey. Yeah, sure. Hoffen, dass vielleicht mit dem einen neuen Prompt... Hey there. No. So, right to the questions. Do you know anyone named Alexander Davenport? On a date with Alexander the Great. Was it an accident? Or was it just fate? Mhm. Ich dachte, das ist Susans girl, äh, man. Aber sie hat er jetzt gesagt gehabt. Hm. Hilf mir doch nicht viel. Ich kann auch nicht Sachen zeigen. Könnte Alexander Davenport haben Ali getötet? Joannes Freund Susan hat eine Verbindung mit dem Mann nennen Alexander Davenport. Joop. Wer auch Alexander, er ist entweder... Hm. Ja, einen Schritt vorwärts und dann schon gleich wieder die nächste Wand getroffen. Ich meine, man kann natürlich jetzt hier erneut versuchen da reinzukommen. Aber... Es wurde halt auch nicht so bisher der Anstand gemacht, als wenn wir versuchen müssten irgendwie da durchzukommen oder irgendwo hinzukommen. Hm. Hm. Wir haben unser eigener Raum. Ist im Endeffekt nur relevant, aktuell meines Erachtens. Wegen des Rechners. Dass man da Sachen nachgucken kann. Sie dürfte uns nicht helfen. Was auch immer. Kann man mir zwar gut vorstellen, dass sie irgendwann nochmal eine Nützlichkeit hat. Nur nicht aktuell. Denn... Hier irgendwelche Bilder zu zeigen, schwach sind. Sie irgendwas über hier die Sachen zu fragen, müsste eigentlich auch schwach sind. Aber weißt du was? Wir haben alles fast aufgebraucht. Ich muss einfach das versuchen. Komm in. Sie ist immerhin hier. Das ist schon mal ein Anfang. Komm in. Komm, Moti. Wir sehen uns wieder. Komm in. Komm in. Komm in. Wir sehen uns mal, Rosa. Wir sehen uns ein bisschen... ...zurel. Ich bin. ... ... ... Das ist... wunderschön. Moti schafft nie immer so. Oh, geeze. Falls du es nicht gesehen hast, einige Tiere können mich sensen. Hast du einen guten Blick, Mutt? BOO! Was hat dich in dich, Moti? Ich bin sorry, er muss schon krank sein oder so. Es ist alles gut. Wunderschön. Du hast gestern gesagt, dass du Dinge sensenst. Ja. Könntest du mir mehr darüber erzählen? Ich bin nicht psychisch oder was, wenn du das meinst. Ich bin nur observant. Jemand könnte sagen, dass etwas falsch war, wenn sie ihre Augen öffnen durften. Wichtig. Willst du mir erzählen, was falsch ist? Was meinst du? Du siehst... ...unkomfortabel. Die Art, dass deine Augen immer wieder zurück und zurück gehen. Ist alles gut? Mhm. Sag, du bist gut, Kind. Ich bin gut. Ja. Alles ist nur dandy. Nur dandy. Könntest du mich aufhören? Ich meine, ich weiß, dass es schwer ist. Ich verstehe. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Na gut. Na gut. Kannst du mir irgendwie weiterhelfen? Ich würde gerne Susan Lee sehen. Ich sagte dir. Du bist nicht auf der Gäste-Liste. Oh. Na gut. Das ist weil... Oh. Wir haben ein paar neue Sachen. Hm. Blame the system. Blame your memory. Blame the guard. Blame Susan. Blame your memory. Blame your memory. Blame your memory. Entschuldigung. Es ist... ein Charakter in einem Spiel, den ich bin. Ehh. Das ist das Beste, was du mitbekommen kannst? Wirklich? Was ist dein Name? Hm. Bei mir wissen wir, glaube ich, gar nicht den Nachnamen, oder? Doch. Müsst man eigentlich. Auch wenn die nie hervorgehoben wird hier. Äh. Du bist tot. Ich geh mal davon aus. Damit würden wir nicht durchkommen. Ähm. Obwohl die Frage wäre, ob andere Leute bereits wissen, dass sie tot ist. Aber... Vielleicht, dass wir nicht mit Privatpersonen reden. Vermutlich schon. Äh. Da wissen wir nicht den Nachnamen. Adrian is male. Ja, das hilft uns nicht weiter. Kelly wissen wir nicht den Nachnamen. Und das würde vermutlich auch nicht zur Option stehen. Du bist tot. Gehen wir nicht davon aus, dass das funktioniert. Dich wollen wir besuchen. Denke ist klar. Das ist auch ein Männername. Und Deacon ist Schwachsinn. Äh. Okay, ich habe einen Schritt vorwärts mal wieder gemacht, aber... Die einzige Logik, die ich hätte, ist hier, weil er mal hervorgehoben hatte, dass sein Name mit einem Frauenname verwechselt wird. Aber warum sollte er da vorkommen? Ich kann das nicht benutzen, das ist ein Mannes Name. Danke. Okay, also ich behaupte mal, das wird der Weg sein, den wir weiter gehen sollen. Bei uns fehlt irgendwas. Irgendein Name fehlt uns. Um an ihm vorbeizukommen. Ich denke, das ist klar. Er ist der mit... Es müsste eigentlich der richtige Name sein. Weil logischerweise die da irgendwie zusammenhängen. Genau. Aber sie wollen ja nicht einsetzen, weil das ja ein Männername ist. Oh. Ist der Witz tatsächlich... Weil das ein Mädchenname sein könnte? Hm. Die Schule dachte, Adrian war eine Mädchen wegen seinem Namen. Alex könnte auch eine Mädchen sein. Ich denke... Ich würde bitte Susan Lee sehen. Ich habe dir gesagt, du bist nicht auf der Gäste-Liste. Oh, naja... Das ist weil... Hm... Ich war damals nicht auf der Gäste. Ich sollte jetzt auf der Gäste sein. Oh, wirklich? Dann schauen wir mal. Was war dein Name wieder? Okay, das führt zu der gleichen Situation. Mein Name ist Alex Davenport. Huh. Dein Name ist auf der Gäste. Kann ich jetzt in die Gäste? Klar. Ich werde die Gäste informieren, dass du kommst. Sie wird dich in. Danke. In a straitjacket. Hahaha. Alexander? Um, no. I'm sorry. Where's Alexander? Uhhh... Widen I? He's right outside. But I'd like to talk to you first, if that's okay. I think you're lying. Hm? Alexander wouldn't want to see me. He can. But he won't. Who are you? My name is Rosangela. I'd like to talk to you, if that's okay. Are you a doctor? Uh, no. No, I'm not a doctor. But I'd still like to talk to you, if that's okay. Mhm. Hm. I tried to inquire about her state of mind. Try to relate to her. Consult your notes. So, how are you feeling? Fine. That's all. Yeah, I'm fine. Whatever. Can you tell me anything about Alex? He... I don't know. He's nobody. Just some guy. Okay, cool. Umm... Yeah, from the moment. I'd like to talk to you about your friend Joanne. You know Joanne? Sort of. What about her? Can you tell me about her? She's Joanne. That's all. No, not cool. Do you know Joanne's roommate Kelly? Yeah, sorta. Why? Oh, no reason. Yeah, no reason. Kinda, huh? Uh... Do you know what happened to Allie? Yeah. Do you know why she did it? No. Did you know? Susan, can you tell me why you're here? What happened? Nothing. Just... Nothing. Mm-hmm. Nothing, eh? Do you know why Joanne killed herself? Susan? She just did. Don't know why. Okay, the offensichtlich. Susan, can you listen to me? You're not crazy. I know what happened. You summoned the Deacon with the Ouija board. No, that didn't really happen. Susan, you don't have to pretend. I believe you. You do? Whatever happened, I believe you. He still comes to me. The drugs keep him away during the day, but when I sleep, he enters my head and he won't stop screaming. I thought I was crazy. But Joanne and Allie, how could it happen to all three of us? It's impossible. No. It's not. No, it's not. The Deacon is real? I believe so, yes. Are you here to help me? I'm going to try. Thank God. I was ready to die here, but... I know. Can I ask you some questions about what happened? Sure. Ask whatever you want. Okay, here we go again. Do you know why Joanne killed herself? Yes. The Deacon. He got in our heads. His voice keeps pleading, babbling. Nothing shuts him up. Just keeps going. I just wanted quiet. Peace and quiet. That's why Joanne jumped off the roof. She was willing to give anything to just keep him quiet. Even her life. Can you tell me again why Jo- Nope. That's what I didn't. Can you tell me about Allie? Allie. Oh, I miss her so much. The sweetest, funniest person in the world. You couldn't help but smile with her around. She was always dragging us out on some adventure. She was so... different. Every other girl had pictures of boys on their walls. She had pictures of dogs. She loved dogs. She was studying to be a vet to take care of them. And now she can't. She... She was the first of us to go. Why is that? How come the strongest of us was the first to break down? Yeah, maybe not so stark, as you thought. We've already established this. I don't need to bring it up again. Okay. So what happened to you, Susan? What did the Deacon do to you? The same thing he did to the others. Got into my head and just wouldn't keep quiet. It was just so noisy inside my head. I had to do something. I saw the speeding taxi, and I just... Well, you know, here I am. Were you hurt? No. The driver hit the brakes in time. Taxi missed me completely. Then the stupid cop on the corner dragged me here. I can't even kill myself right. Hmm. Can you tell me anything about Joanne? Joanne wanted to save the world, but she couldn't even save her friends. After Allie went, Joanne couldn't take it. She blames herself, but it's not her fault. I don't blame her for it. Any of it. It was only luck that I ended up here and didn't die. Hmm. Can you tell me anything about Alex? Alex was my boyfriend, I guess. But since I came here, he won't see me anymore. Just as well. The jerk. I have to go now, Susan. But I'll come back to check on you again. Mhm. Hmm. Look, Joey, it's starting to get dark. Yeah, I can see that. Was it the darkness that gave it away? I'm just saying. Okay. It should be a step forward. Mhm. Oh, ominous. Please note. Dog walk... Hmm. Yeah, that's good. Let's talk to that ghost again. Yeah. Hey there. Remember me? No. Maybe. Uhm... Young lady, I hate to be the one that... So... It... Sweetheart, are you little? They all go the deacon. Listen, you don't have to work whatever it just... He haunts me. He gets it. He poison me. But you're... Okay. Okay. Immer so frei, wenn wir es schon kannten. Aber nur mal wichtig hervorzuheben. Das Alter, das ich so gesagt habe, jetzt natürlich etwas offensichtlicher ist. Ähm... I'm in front of dogs. Can you tell me anything about yourself, Ally? Ally Montego, a story and son. She kiss the boys, but not for long. Ähm... Can you tell me anything else about Susan? Little lady won't say much. Yeah, great. Do you know, when a date with her wasn't an accident? Did you summon something with a Ouija board? Did I? That's why I'm asking... I hate on their... And why? Because... The D... I'm... Damn. Don't worry. Do you know, why Joanne told herself? Joanne? She... She wants to change that. She's not dead. Even though she had to go away. They all had... Okay. Das ist natürlich hier alles wieder super laut im Feldnis. Ich mach mal ein, zwei Schritten das runter. Weil jetzt, jetzt darf ich das wieder machen. Ähm... Ja, great. Ich dachte, jetzt würde hier irgendwas tatsächlich mal passieren. Deswegen ja, hmmm... Aber ich kann mit dem hmmm nicht viel anfangen, mein Lieber. Ich bleib dabei, dass das erstmal weiter nichts zu sagen hat. Außer Ali und Docs soll das sein. Das soll wohl so ein bisschen der Hinweis sein, dass der Boyfriend die Hunde mochte. Aber halt... Das wurde hier nicht mal angesprochen, obwohl es da beisteht. Also entweder muss ich jetzt Monty, äh Motty dazu rufen. Was ich mir bei der Uhrzeit nicht vorstellen kann. Malty... But I... was it見iously... Malty... Malty! Malty... Malty! Malty... MaltyRee... Malty! Malty! Okay, also das ist der Witz. Wir müssen versuchen, dass der Hund rausgeht. Gehe ich mal davon aus. Oh, ist das auf einmal jetzt so laut? Moment. Ist das jetzt leiser? Ich hoffe. Sure, hier, take another, I have plenty. Well, take care, come back. Come here, boy. Calm the pooch. Calm? There's nothing to be afraid of, I hope. Go get it. Okay, ich würde es vermutlich... Ich dachte, vielleicht gerade jetzt könnte man mit ihm reden. Come here, boy. See ya. Nope, wir gehen wieder darüber. Fühlt sich an wie die richtige Spur. Ich weiß sie doch noch nicht, wie ich das machen. Okay, also er hat uns gerade noch mal ganz klar vorgehoben. Hey, nicht jetzt. Irgendwas mit ihm. Deswegen, ich hatte mir erhofft, dass vielleicht die Tür offen bleiben würde oder sowas. Irgendwas sollen wir tun. Ich weiß nicht was, denn... Die Auswahlmöglichkeiten sind nicht viele. Irgendwie, die linke Maus ist es so? Nö. Man kann nicht die linke Maus so gedrückt halten. Man kann einmal die linke Maus so drücken und dann ist es ausgewählt. Und wenn man eine Sekunde das Inventar verlässt, dann ist es weg. Die Idee also, das irgendwie auf Joey einzusetzen, auf die Tür, auf irgendwas, ist alles nicht gegeben. Probieren wir unser Glück erneut hier. Ich weiß nicht, was wir jetzt hier noch zu sagen haben, denn wir hatten beim letzten Mal schon nichts mehr zu sagen. Ja, das ist ein guter Gefühl. Es ist nur... Die Drugs... Die Meds helpen die Deacon's voice low, und das ist gut. Aber sie auch cause Wasser retention, und ich habe zu nehmen eine Diuretik-Pillen-Pillen-Pillen-Pillen-Pillen-Pillen-Pillen-Pillen-Pillen. Um... Um... So, Susan, könntest du mir erzählen, was dich hierher gebracht hat? Ich weiß nicht, sie denken, ich bin verrückt. Bist du, verrückt, ich meine... Ich weiß nicht, sie denken so. Okay, ich denke mal, wir wissen jetzt, wo wir hin und damit sollen. Meine Idee war also nicht verkehrt, aber... Dass man hier ein zweites Mal vorbeigucken muss, damit diese Drogensache gestartet wird, oder Pillensache von mir aus... Wäre ich hier nicht hingegangen zu geben. Es gibt nicht viele Orte, denn wäre ich hier immer noch blinder mal rumstumpeln gewesen. So, also die Idee soll sein, Pills hier... Okay, ich setze die Pillen in den Drog-Biskuit. Ja, und damit füttern wir jetzt... ...unsern Freund... ...Moti... ...weil denn dann halt raus muss. Und damit haben wir dann jemanden, der da unten ist... ...zu dem Drog-Park will. I guess... Oh, jetzt machen wir nochmal der Uga-de-Buga... Okay, neue Voice-Line. Gefühlt weiter spielt, dass wir jetzt hier weitermachen wollen. Achso, ne, ist oben gekommen. Gut, gut. Go get it. Oh, Moti, now? I just took you out an hour ago. Well, you're going to have to wait. I have my hands totally full. Unless... Rosa, would you mind taking Moti for a walk? If you're going to be friends, this is a good opportunity for you to bond. Oh, sure. I don't mind at all. Thank you so much. Moti gets cranky when he doesn't get his way. Just take him to the park until he goes. It shouldn't take long. Hooray! Right. Here you go, boy. Keine Leine? You're drugging innocent dogs now? It's only a mild diuretic. It won't hurt him. And you're the one in such a damn hurry. All right. Point taken. Oh, wow. We spring here so far in. Hey there, Bright Eyes. It's me again. Are... Are you him? No, I'm not. But I've brought some friends. Say hi to the kid, sweetheart. Um, hi. I don't think she wants to see me. Sure she does. Go on, kid. Tell Ellie how much you want to see her. Uh, yeah, sure. Great to meet you. See? I don't believe you. It doesn't matter if you believe me or not. She needs your help. Help? See the dog over there? The... Boston Terrier? Good, good. You know your breeds. This Boston Terrier is not feeling too well. I was hoping that you could take a look at him. Uh... Yes. Yes, I can. Ah so, and she can't hit him now. So we heard. That's why we came to you. But... They won't let me help them. They always run away. This one won't. Go on. The dog needs you. So this is your dog, huh? Um, yeah. Sort of. Hi little guy. What's your name? Huh? Right. Are you the cutest little thing? Hmm. Your ears look okay. No signs of inflammation. Now I'm just going to open your mouth. That's... Ah. I don't feel any breath. I don't feel anything. I... Oh. I'm sorry. I remember. I'm dead. Yep. I killed myself. I had no choice. Can you tell us what happened? My friends and I... We played a game. A Ouija board. We thought it would be fun. And you called something. Yes. He called himself the Deacon. It's... Kinda hazy now. But I remember his voice in my head. Screaming. What did he say? I don't know. It didn't make any sense. He just kept asking me to help him. But he wouldn't say how. I tried ignoring him. But he just got louder. And louder. And louder. Until I took the pills and... Shhh. It's over now. I know. So what now? Now? Now, we're going to send you where you need to go. Here. Take this. And hold on tight. You ready? Nope. I guess so. Good. Now pull. Yeah, you and me both. Hello? Yeah, hi. I'm not sure if we've met. I'm Rosangela. I know. You brought the dog to me. You brought me back to my senses. And then you brought me here. Thanks so much. So, are you ready to... Well, you know. Am I ready to die? Well, yeah. Sorry, I'm kinda new at this. That's okay. I'm gonna make it easy for you. Nope. Just... Tell me what to do. Tell me what to do. Just head towards that light. The light. Right. Click. Every cliche in the book. You think I'll see Joanne over there? Yeah, I guess. Sure you will. Fantastic. And hey, you'll make sure Susan's okay, right? Sure. Well, here goes. See ya. See ya. Ugh. You're awake. That didn't take too long. She just... Went. She seemed happy about it. Yeah. Sometimes you'll get easy ones. The ones who are all too happy to move on. Others... Well, you'll see. Anyway, let's get this dog back before your neighbor calls the police. Our work is not over yet. She is going to kill me. Just a minute. Oh. Oh, there you are. I was just about to go to bed. I'm sorry we took so long. Not to worry. Did you have fun, Moti? Did you have fun? Of course. Well, good night, Rosa. Thanks again for helping me out. Strange lady. Yep. Aber... Wir haben unseren ersten Job abgeschlossen. Wir wissen auch schon... Wir sind auch nicht zu 100% durch. Aber ich denke, beim nächsten Mal... Kommen wir dann schon zum Finale. Falls nicht jetzt auf einmal wieder ein Roadblock auftaucht und ich nicht weiß, wie ich an ihm vorbeikomme. Hey, ich hoffe, es hat dir gefallen. Hey, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.